Wir hören ihn sehr gut und sehr klar, hier ist die Internationale Raumstation, hier ist die in dem Weg. 3. November 4, Sinten der 1er, Komplett. 3. November 4, Sinten der 1er, Komplett. 3. November 5, Sinten der 1er, Komplett. 3. November 5, Sinten der 1er, Komplett. 4. 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 November 5, Sinten der 1er, Komplett. Backup, Frequency 36. Delta, November 4, Oscar Delta. This is Delta Papa Zero, ISS. Hier spricht die Internationale Raumstation. Wie verstehen Sie mich? Wenn die Downlink-Frequenz gleich bleibt, können wir es weiterhin hören. Sonst möchte ich sie suchen. Delta, November 4, Oscar Delta. From Delta Papa Zero, India, Sierra Sierra. Hier spricht die Internationale Raumstation. Wie verstehen Sie mich? Delta November 4, Oscar Delta. Verstehen Sie mich? Ich höre Sie laut und klar. Verstehen Sie mich da? Verstehen Sie mich? Da ist ein Termin mit der ASS zu wählen und dann kriegst du es nicht gebacken. Delta, November 4, Oskar, Delta, how do you copy the ISS? Delta, Papa, Zero, ISS is switching back to the main frequency channel. Delta, November 4, Oskar, Delta, this is Delta, Papa, Zero, India, Sierra, Sierra, how copy? Gerne, dann fangen wir gerne mit der ersten Frage an. Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß leider die Antwort nicht mehr, weil ich damals bestimmt schon so jung war und vielleicht drei, vier Jahre alt war und zum ersten Mal den Sternenhimmel gesehen habe. Und nach oben geschaut habe und mich gefragt habe, was da draußen wohl ist und ob man da wohl hinfliegen kann. Ich denke, seit dem Moment, an den ich mich nicht mehr genau erinnern kann, wollte ich schon immer Astronaut werden. Hallo Jakob. Ja, das ist eine interessante Sache, weil meine Familie schon immer mit dabei war bei mir auf meiner Vulkan-Expedition im Geiste. Und mich immer unterstützt hat. Die haben mich sehr gefreut, als sie gehört haben, dass ich in den Weltraum liegen darf. Ja, wir haben einmal die Woche eine Videokonferenz, in der ich tatsächlich auch meine Familie sehen kann. Und anrufen kann ich im Prinzip jeden Tag, das heißt, ich habe sehr viel Kontakt eigentlich. Das ist eine gute Frage, die wir in den Weltraum machen können. nicht mehr 우리가 in den Weltraum machen können. Teilen unravelen können können. Es geht einfach jetzt nicht kurz, ich habe mich schon Québec zu auf der Region, ich glaube mirwszym die Woche besser seid und ich verm الاDonald ist. Die kleine Plastikköte, 1,5 Kilogramm, würde ich mitnehmen und ich habe so Erinnerungsbüttel mitgenommen an meine Freunde, Familie, ein paar Fotos, in dem ich mich dazu heute erinnere. Die kleine Plastikköte, 2,5 Kilogramm, würde ich gerne sagen.